Es ist eine große Überraschung in der Sportwelt. OS-Ski-Star Linsevon gibt ihren Rücktritt bekannt. Bei einem Auftritt in New York sagt die schöne Sportlerin, das wird meine letzte Saison sein, ich höre definitiv nach diesem Jahr auf. Und dabei bleibt sie, auch wenn sie den Siegesrekord von Ingemar Stenmark nicht bricht. Ich bin physisch an einem Punkt angelangt, wo es keinen Sinn mehr hat, lässt der Schi-Star tief blicken. Auf Linsevons Konto gehen 82 WC-Siege, auf Stenmarks Rekord fehlen ihr vier. Die Amerikanerin gilt damit als erfolgreichste weibliche Skirenläuferin.